Hallo, hier ist Günther von Scootertouren und jetzt sind wir unterwegs gemeinsam am Gardasee im Hinterland Idrosee. Da waren wir eines schönen wunderbaren Wettersonntags unterwegs mit auch vielen anderen. Aber trotzdem unten am Gardasee ist es wesentlich voller als im Hinterland. Viel Spaß beim Schauen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020